Spätestens nach dieser Aktion mit der Schusswaffe müssen Sie eigentlich mit allem rechnen. Das ist wahrscheinlich jetzt schon gefährlich, wenn ich mich mit jemandem unterhalte. Aber ich denke mal, man muss das endlich mal vom Tisch kriegen, weil so kann es nicht weitergehen. Der Polizist hat ganz klar gesagt, wenn es eine Frau gewesen wäre, die wäre tot gewesen. Auch bei einer Schreckschusswaffe.